Ja auch. Muss ich da lang, wo die Tasche landen wird? Ja. Ja. Ich sag jetzt mal nichts. Aber da war kein Plastik-Springstoff. Ja. Aber nicht hier. Aber doch nicht das. ARK! Langsam kenn ich's auswendig und fällt fast rein. Das wär lustig! Ich glaub ganz rechts lang. Head right. Nein! Okay, es tut mir leid. Du darfst auch nicht machen. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will doch nicht. Dann lässt mich das machen und du darfst dann auch nicht. Ich will auch nicht. Was? Nur wegen den Raketen. Wir hätten's fast geschafft. So nah. So nah und doch so fern. So. 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 Ja, aber sonst kann mit einer Box alles aufgefüllt werden. Ja, das stimmt auch. Das finde ich dämlich. Nichts kommt. Mach mal jetzt unten. Weil oben ist es ja nicht den. Aber hier war das blaue, ne? Hier ist es auch nicht. Kann es ja nur in der ersten sein. Und das... Ja, ja. Ich komme jetzt nach links. Da, mach. Nein! Ich war es nicht. Oh nein, das ist auch wieder nicht richtig. Da oben geht es in der Wüste. Da ist es. Das meinst du? Das meinte ich nicht. Mach, mach, mach durch. Ach hier bin ich nicht. Na und ich, eine Tür rechts meinte. Aber guck in die andere Tür. Mal sehen, ob es das ist, was ich denke. Den Raum meine ich. Den rechts hier. Diesen Raum meine ich. Natürlich wird sie alle lassen. Scheiße. Es war ein Versuch. Ich werde das jetzt nicht so hoch anstellen. Waren wir doch gerade bei einer Passage, wo wir diese Rockets Dinger brauchten. Der nennt sich nicht so hoch anstellen. Wir müssen jetzt einfach wieder ganz am Anfang und von dem Anfang einfach nur weiter verfolgen. Weil irgendwann müsste man ja automatisch die finden. Gehst du nach unten nochmal? Hier sind keine Türen. ACH MENSCH! Total dämlich, oder? Ja. Nee, komm schon. Wir haben so viele Hals. Run, boy, run! Was war hier? Ja, und was war da ganz links? Wo ist das? Ich gehe mal da. Ja, wenigstens hältst du eigentlich nichts. Könntest du Schutzweste tragen ohne Karton rumrennen? Dann ziehst du ja nicht so viel ab. Theoretisch. Ich kann so gleich weiterlaufen. Hier ist ziemlich am Ende. Links. Den links. Den links, oder? Nichts, oder? Nichts, oder? Nichts, oder? Nichts, oder? Nichts, oder? Nichts, oder? Nichts! Ich bin nur Leute, der unten немножко. Wo gehst других? Ja, doch wir sind konserviert. noch in a world where i'm nation is over that can only a Gut, also diese Episode wird eine Sucher-Episode. Nach lächerlichen Raketen. Echt? Ja gut, das war echt gar nicht so dumm, wenn ich mir die Bilder stecken. Vor allem steht da eine Box auf der Ladefläche. Unten. Lauf schnell. Hm? Immer noch brechen. Ja, komm mal rechts. Und da unten. Nee, doch. Ach so, du meinst bei dem anderen Raum. Was wolltest du jetzt nicht, oder was? Ich mach erstmal hier lang. Na komm, komm. Hörst du die Rakete? Hallo? Töte den mal! Der läuft da so rum. Hm. Da war auch irgendwie. Mhm. Sehr schön! Das ist der Anfang. Okay, wir spielen Nostalgie. Jetzt besuchen wir die ganze Zeit. Gut. Dann haben wir jetzt wenigstens... Waren wir jetzt eben hier schon? Was ist das oder was? Wir müssen jetzt so denken, wie wir damals am Anfang gedacht haben. Ah ja, keiner mehr. Ich hab so viele Türen gesehen. Geh mal in den Fahrstuhl. Das ist doch ein anderer. Hm. Ich geh jetzt mal so oben rechts rein. Ja, aber ich würde ja erst mal so einen Vorsprung machen. Ach, Wachablösung, ne? Ich hab's warten müssen. Ja, ich kann erst mal. Wenn ich zurückgehe... Dann sind sie doch alle da. Nö. Also fahren wir jetzt nach oben? Weil hier irgendwo muss das ja sein. Sicher. Weil von dem anderen Fahrstuhl aus muss man ja dann zu dieser Rakete kommen. Die Rakete scheitert echt. Ich weiß es nicht. Ich dachte du meinst den Gang. Den mein ich auch. So verarschen. Die haben da runter. Runter. Den rechts meinte ich. Ich wusste nur nicht, dass das andere so ähnlich aussieht. Ach komm. Es nervt. Ich hab richtig die Schnauze voll. Wir müssen wieder raus. Es gibt noch keine. Ich muss doch auch mal rein. Ich hab das noch mit dir. Ich hab das noch mit dir. Ja. da geht es in Gasraum aber da kommen wir dann zum Elektroding aber es macht überhaupt keinen Sinn in Österreich gehen durch wenn wir jetzt zum Elektroding kommen stehen wir nur auf der anderen Seite ohne Raketen aber das Ding ist wir müssen noch auf dem Weg hierhin Raketen gefunden haben das ist ja der Anfang doch weil ich glaube als wir hier vor dem Elektroding standen hatten wir auch keine Raketen damals und mussten noch mal zurück ja so gut das war die Suchepisode beim nächsten Mal sehen sie die wirklich tatsächlich echte letzte Episode wo lang hoch also wieder zurück ne jetzt hier lang weil durch das Elektroding ist es kürzer meinste doch 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 jetzt kommen wir doch zu unserer so verhassten Stelle mit den Zweien naja sicher dass es geht sie einfach geht zurück oder soll ich nicht zurück ganz mal aus ich würde ich würde ich würde ich würde ich würde die einfach mit schalter verlande oder lass ich entdecken ich habe das ist in den schacht Ich bin ein Pro! Game on! Ich bin ein Pro! Ich bin ein Pro! Huf! Ja, ne? Fallschirm! Ja! Dasselbe Spiel! Das Spiel macht einen fertig! Ja, ja! Wo lang? Links, links! Ich hake dir jetzt zusammen! Ach, geht! Ja, ich weiß, wie du gehörst! Run! Down! Wo sind... Bin! Was für eine alte Idee! Guck mal, die Anfänge wackeln nicht! Fun! Beziehungsweise Carpet! Cock-crawl! Ist ja witzig, wenn alle entgegenden Männer da wären! Nein! Aber was? Na! Ich dachte schon! Ja! Na! Guck mal nicht auf die Zeit! Und dann guck mal, wo wir sind! Und dann guck mal, was wir geschafft haben! Nichts! Werden wir uns voll gemacht! Ich! Wie viel haben wir noch? Was? Zeit! Nicht mal viel! Wo sind wir denn? Den schaffen wir die Episode jetzt auch nicht! Wir schaffen die Episode jetzt nicht! Wir schaffen das dann nicht mehr! Das ist falsch! Zurück! Du bist falsch gelaufen! Er sagt doch dann, wo lang, wenn du jetzt unbedingt so klugscheißerisch bist! Ich weiß auch, dass es dann falsch war! Entschuldige! Nein! Ja, da geht's auch nicht lang! Ich weiß! Zurück! Dann! Tür! Hoch! Sehr gut! Und die Vierde! hat die kann doch! Pfff! N davé! doch das ist denn das ist womit der verheilung ja sicher der einzelnen verheilung habe ich doch gesagt warum diese nicht gesagt dass ich habe ich führerisch also mit den rationen auffüllen sind ja gelangt wer hat einen knacken im nacken muss mal gar keine um die märkten sagt jetzt bei jedem anruf bringen die mission anziehen jeder spieler damals das gemacht hat wenn er darauf damals auf würde war plötzlich drei fahren das wird es nie geben so wird die zukunftsmusik ich glaube ich bin jetzt näher da kann sie recht Das Gute ist, wir haben es gepasst. Also, ne? Ist schon gut. Irgendwann kennst du auch jedes Level auswendig, ne? Ähm. Naja, das wird übergeben werden, aber jetzt nicht so auswendig gewusst. Ah, wir haben es geschafft. Ohne fremde Hilfe. Also ein bisschen schafft man doch in der Folge. Ne, oder wir machen die Folge ein bisschen länger und sind es dafür durch. Aber wer weiß wie lange. Das ist jetzt die Sache. Also, wir wissen auch nicht, wann es zu Ende ist. Ich würde so weit spielen, wie wir waren, noch im nächsten Raum gucken. Vorsicht! Roger! So! Oh man, hier noch.